Freunde, viele von euch kennen doch bestimmt Scribble.io. Es ist ein ziemlich beliebtes Spiel, was ihr bestimmt kennt. Ja, auf jeden Fall, wir spielen das heute mal, wir gehen mal in den öffentlichen... Oh nein, jetzt hab ich auf Englisch... Okay, jetzt geht's los. Oh man, ich will nicht diese Dreckswerbung... Bärleuch? Ja, der hat ja nicht mal was gemacht dazu. So. No. Hä? Oh. Hä? Was ist das? Ach, CD. Oh mein Gott. Boah. Ey, es ist halt auch beknackt gemalt, aber es war gut gemalt, aber ich hab's halt nicht direkt gegessen. Ich bin fünfter Platz, Junge. Laden. Tafel. Boah. Da hat man Schokoladen-Tafel. Dorfbewohner. Dorfbewohner. Ja. Sü, Junge. Was ist einfach Dorfbewohner? Boah, das war... Ey, ey. Oh mein Fingott. Den Namen muss ich ausblenden, der hier drin. Musste kurz vorkatten. Ähm, was ist... Also ist halt alles so gut gemalt, aber ich geh... Oh, Laterne. Windrad. Wind. Rad. Oh. Oh mein Gott. Uh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, es ist so schlimm. Oh mein Gott. Einfach Windrad. Oh mein Gott. Aber das hat alles so gut gemalt. Und dann kommt gleich ich vollidiert und mal alles so scheiße. Windrad, Alter. So scheiße wenige Punkte, Junge. Ja, ich bin vor der Platz. Wenigstens ich zittert oder so. Boah, fett Gerüst. Jetzt nicht mal. Warum liegt jetzt jeder? Äh. Kopf. Einfach First Try, Junge. Aber das ist scheiße gut gemalt. Wie gut kann die Person malen? Die können doch besser malen als ich. Oh nee, jetzt komm ich vollidiert. Äh, jetzt muss ich... Äh, Großvater. Oh, lol. Großvater. Großvater. Okay. Jetzt komm. Oh, die sind noch auf Deutsch. Ich will Arabisch. Äh. Ich kann gut Deutsch spielen. Mann, warum hab ich die ganz nette Sprache gekriegt? Äh. Oh. Pilleer. Nein. Stift. Äh. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Schreiber. Ah. Tinte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich spier halt grad. Äh. Näh. Nehme. Grad. Youtube. Video. Video. Auf. Nehme grad Youtube video. Äh. Okay, jetzt kommt der Profizeichen dran. Ich war grad nicht... ich habe gerade nicht geredet kakerlake kakerlake oh mein gott es war ja so schnell ja das ist einfach zu sein okay es ist oh mein gott ich habe gewonnen okay wir würden auch mal sagen dass was mir wie ich hoffe euch hat dieses video gefallen wenn ja liken abonnieren und die glocke aktivieren wenn keine weiteren so wie ich ein cooles einfach tschau leute